So Muni, liegt hier irgendjemand vorne? Wartest du mir doch erst mal sehr ehrlich ankommen. Ich hab dich geschützt, weil du hier so gefährlich rumstehst. So, okay, ich helf euch von hier oben. Und jetzt, und jetzt, und jetzt hast du mich in meiner sehr gefährlichen Lage geschützt. Mh. Mh. Ach warte, Muni mitnehmen. Wäre auch nicht die Idee. Oh. So, ich schlau. Ich hör ja irgendwas, ich schlau ein Boomer hier. Warum ich ja noch nicht? Du hörst mich reden. Du hä? Wie wärst du, wenn du mal nicht auf mich ziehst? Ja, ich hab dich gerade eben ausgesehen, ja wie ich als ein Zombie hier vorbeigehen hatte. Rolltreppen, rolltreppen, rolltreppen! Ach, nein, mal Logo, das ist so ein normaler Zombie. Nur weil der schwarz ist? Ja, nur weil er schwarz ist und nicht weil er sich ungefähr so dunkel angekündigt hat. mann ja ich habe ja ich wollte ihn gerade mit den katana schön erledigen trainier es nicht hin das ist nicht witzig genau das ding explodiert das ist nicht witzig also die zombies sind weg das reicht mir wo ist der charger da ist der charter der weg schon wieder beim pegs ich nicht ein zombie ich wollte die ganze du hast ja ich glaube irgendwer hat sie angeschossen ich habe ihr dann den schaden gemacht ich habe mir dazu viel schaden anscheinend gemacht und dieser scheiß zombie hinter mich gab nicht weg war das hier die scheiß mission hier war das mit dem auftanken nee hast du nicht auftanken ist das final ich meinte den alarm ja wo man da so unten ein bricht und dann nach oben aber nur ein bisschen ist das so er wollte mit der blutgrätschen warum nicht ich denke die ganze zeit die laserstrahlen so in die smoker zungen was smoker zungen sind faken ja nein karte ulti ist nicht bei online smoker abhin danke wer natürlich wer denn sonst wer denn sonst rampax ist aktiv ich hab mal wir können auch mal ein bisschen ich brauch das hier mal auf den versus zu machen das ist super spannend da kann man ja auch ab und zu machen vielleicht die kampagne machen und dann indem wir nochmal das versus oder so ähnlich ne egal ja ich hab also mir geht's wieder super leute jetzt kommst ne ernsthaft der wär so vorrushed ne wo kam der hunter her wenn du getroffen wärst ne dann wärst du tot gewesen ach ich weiß warum ich grauben weil du dreimal hinfallen bist weil du dreimal hinfallen bist zweimal hier ist es zweimal wo war es nochmal dreimal payday ach ja stimmt payday ja ja ich hab halt auch die witch abgekriegt gehabt ich müsste ich muss gleich mit nahkampfwaffe kämpfen weil ich nicht mehr fehlen meine freine habe ich glaub ich höre nen tanken ich höre ich glaub ich seh nen tanken ok ich hab ne boomer kotze ich hab kein stein in die fresse das dumm ist hier halt wir haben ja keine ausreichungen grade ist richtig ne oh 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 shit ich bin tot ich bin sowas von tot ich bin sowas von tot ok ok er ist tot er ist tot ich geh zu WAP na los vielen dank yey 43% 29% ich hab ihn nur mit boomer kotzeiwicht danke ich hab ihn mit dem mole tofft der nicht reicht weil ich den tuch vor mir getroffen hab hat 20% warte lass mich nochmal ihn durchdaten so und die farb und und weil dies gar ne scheiß waffe ist mann geht die waffe ist scheiße macht 3 schüsse wenn du damit triffst macht sie gut schaden hier ist ne neuer ak ja akatana ja wo ist ak ja hier vom boden ja hier ist ein spinner hier ist ein wo flüschtierchen oh shit ich muss mal vanpex hat Splitter getötet alter harmonie was denn sagt ihr was dagegen soll ich aufhören jemanden zu töten ja bitte ok dann bin ich jetzt Pazifist wir kommen in Frieden seitdem wir den zombies blühen ich stebe jetzt im Pazifik ich bin Pazifist oh da war ein boomer haha du rechst meine Köpfe ich will den einfach reingelaufen du kannst sagen ich hau euch mit der Faust denn ich bin Pazifist oh oh halt's maul ah was ist das denn ah alter was was ist das denn schon einer muss weiterrennen ich komme mir hier aufs Ecke gar nicht raus alle mit dem Ackermachen man muss durchrennen ok ich auch mach ich schumpel dir hinterher Rob ich hab nur noch so PIN so PIN und ich laufe wenn ich nicht auf wenn ich nicht nen Schein Jockey auf mir hätte halt wo's nachradet ok ok ich hab nur noch einen hab PIN bin ich euer Retter jetzt in der Ruhe uah trau trau ja ich lebe und um ihn ja ich lebe und um ihn 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 zum Ende ich bin fast tot und ich du hättest ihm helfen sollen äh mit defip verwenden oder? aber ich muss ihn teilen ja keine sorge also ich hab ich wie viele haben auf mich eingeschlagen ich hab viel zu viel Leben verloren waren einige ich hab mir das von außen angesehen Alter hör mal rein gegen mich ich hatte nämlich so schießt und schießt und schießt und schießt mich einfach mal wieder hier ist ein medpack ich muss mal nen Katana hin hast du weg geworfen nein ich hab auf einmal jetzt die Deagle in der Hand die ich benutzt hab nachgeworden hab ich halt ne Deagle mit ich schreibe mich mal kurz äh warte die lag da rum die lag da rum so die lag da rum jetzt ich hab die da zumindest gerade gesehen ich hör'n Hunter ich hör'n Smoker oder? ne ist'n Hunter ok das nicht will ich bin mir noch viel zu leid wir haben die einmal gefailt ich hör noch nen Boomer ja aber ich bin jetzt schon mal gestorben ok ich hatte vielleicht Pech gehabt weil ich halt relativ viel halt dammit nein wir waren einfach zu fast gestruttet eigentlich oh oh Vampit und wir sind vorgerannt und äh Dropstruck da und so war noch hinten was soll ich machen hinterherren ja ich hab halt versucht durchzulaufen aber dann hab ich den scheiß Jockey abgekriegt ja erstmal push erstmal nochmal Push-to-Talk äh Waffe ne ja meins auf C ja ja easy grad verrückt ausgesehen ja ich hab so kurz die Sprechblase über dich gesehen genau noch eine Sprechblase blablabla blablabla hab ich das noch? ja hab ich auch hab ich das noch? ja hab ich auch das ist nur ein bisschen leid weil das alles nacheinander kommt ja weil war ne Pink weil die Macht gestiegen anfänglich bei 48 das ist sogar 49 hat sich wieder beruhigt warum schützen mich alle? also ich hab keine Verzüngung oder sowas nur also ich würd gern mal sehen wie oft ich insgesamt gefallen bin also ich müsste da ein Rekord von 10 mindestens haben auf jeden Fall am Engel der Kampagne bestimmen ich glaub ich glaub ich hab ich hab entweder den meisten Schaden ausgezahlt an Freunden oder die meisten Schaden von Freunden ich vermute ich hab den meisten Schaden an Freunden gemacht aus der Tank eben kann hast du mich getötet das war auch schön hä wieso hab ich dich getötet nein sorry man also mit dir ja wenns so wenn du doch mein Weg fällst los rein mit euch laden mal ich echt stolz auf euch Leute Scheiße ich wollt grad doch mal ja klar ich hab noch direkt in der Welt da waren alle zu abgekleidt die da rumstanden und die mal wieder kamen ich kann mein Laser wie sie zum Glück noch behalten ja ich auch ich bin darauf zum rechten Zeitpunkt wieder Muni das ist gut mhm vor allem hat der M16 auch recht viel Muni dabei ich glaub die AK ja ja erstmal nochmal heilen ja ich hab voll hab jetzt noch ja ich nicht so Zombies gerade raus von was gekommen Zombies raus ja gerade kommt hier nur raus geflogen kommt gleich wieder wahrscheinlich hast recht wo kann man denn nochmal schreit äh wo kann man nochmal schreiben ach nee Zombie ist ja wieder drin sehr gut ja ich war draußen ja du warst kurz raus oh das schönste aber wer ist los nach glaub ich einer Minute kommen die geht die Tür automatisch auf ne mhm und du kannst dich auch nicht hinten verstecken in dem Raum weil du die Tür aufbrechen kannst zum Beispiel mit dem Tank das ist richtig ja aber irgendwann aber irgendwann geht die Tür auf oder und dann ist das eine normale Tür die kaputt gemacht kaputt gehen machbar ist kaputt ja kaputt machbar ist kaputt gehen kann ja doch hier gibt es ein schönes Ester-Eck was gerade nicht da ist oh ich liebe diese Mission ich liebe sie nicht ich hasse sie eigentlich aber zwei stehen unten und zwei äh auf und rum gehen die Tanks sammeln ja die Stimme ist beim Versus die Spitter wenn du die sammeln willst einfach mit dem Spitter da drauf und schon gehen alle kaputt ich finde aber auch Boomer schon wenn er von oben runter springt und durch den Fall sterben ja das ist so geil einfach Suizid äh Boomer wo immer er ist er ist stolz auf dich hä genau Coach genau Coach wo auch immer du bist er du bist stolz auf ihn sobald die Türen aufgehen nichts wie wir müssen das Auto nichts ich darf nach hinten kommt einer mit ja ok zwei sogar nein ich renne nur vor warte gleich noch was halb 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 2k das wird kein Spaß oh ich hab ein Problem ich bin unten und tanke oh ich hab Boomer hinter mir das gefällt mir nicht ich schmeiß gleich Zeit runter ok warte kurz ich hab hier zwei Dinger die kannst du runterwerfen Hunter äh nicht Hunter wie heißen die Dinger nochmal doch hat er doch hat er so warte ich werfe ein Ding zum Auto jetzt runter bleib dich alleine wenn dich jetzt irgendwas angreifst du bist tot warte mal wo kommt man Sachen nochmal wegwerfen äh rechtsblick oder oder rechtsblick E ja ne linksblick linksblick ja linksblick war werfen schlimm ich hab echt die war falsch ich weiß man ich bin jetzt schon wieder rot ich werfe noch ein Ding jetzt runter Moment einer muss hoch der bin wir hoch ich geh mit hoch bis gleich unten bis gleich unten ja ich komm aus Studio Warp wo bist du grad oben da hinten bist du ja hab noch ein Ding was ich runterwerfe jetzt oh nein kommen wir nicht auch regelmäßig die ganzen Tanks oder sowas ja ich glaub mindestens drei Tanks kommen hier insgesamt wenn wir Fächer haben oh shit smoker ok das wird mir ein Problem und ein Hunter ok das ist sehr schlecht ok shit das ist sehr schlecht der Hunter hat mich dann direkt erwischt ja legt dir jetzt beide tot hier rum ja ich bin down na aber vielleicht kann ich äh mich hat leider ein Hunter erwischt aber wieso stirbst du langsam als andere hä ich hatte kein Leben mehr wenn wir 20 Leben oder so hochgelaufen was ich vielleicht überdenkt hätten soll nehm du mal ne Geisel dann kann ich aus der äh Gefangenschaft befreit werden ach da ist er ja ja die hat mich auch grade genommen hahaha neiiiinn ich hab keine wir haben einen Monotov dabei ok ja ich verwacht o 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 Nein, der Wollotrofgeist ist gestorben! Ja, Tobi, hilf mir kurz, wenn du kannst! Ja, ich komme! Char-char! Char-char! Der wichst ab! Er ist tot! Okay, okay, derk ist da, derk ist da! Ah! Nein, HUNTER! HILF MIR! Ah! 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 Ah, Leute! Ah! 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 Wollen wir jetzt nicht alle, dass wir da alles vornehmen werden! Was lustig hier, er mache es! Ah! 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 Hey, ja, ist tot! Ah! Lebe ich!